Ne, wie gesagt, ich hab für einen 20 Minuten Run, hab ich viereinhalb Seiten, ne, also, oh oh, oh oh, was geht los? Ja, ich seh auf dem Game. Okay, macht's das gut, ciao. Okay, ciao, ne. Schnell, schnell, schnell. Also, ich sag jetzt noch Hallo und ich glaub, das war das letzte Wort, was man von mir gehört hat. Nein, Fliege trinkt noch was. Ich hab nicht vergessen, dass das komplett zu machen. Wie sehr wird man bei dem Run gespoilert? Ich hab die Story ein bisschen drin, was man tut, warum man Sachen tut, aber ich hab explizit drauf geachtet, nicht das Ende mit reinzuholen. A, war mir das zu kompliziert und B, ähm, dachte ich mir, das ist halt, es ist ein Twist, deswegen dachte ich mir, nicht spoilern. Ja, das, das Layout verändert sich. Richtig cool. Facebook spielt auch mit, wegen, mit, äh, wow. So, ich hab überhaupt keine Ahnung von diesem Spiel, Fliege. Aber ich hab gehört, dieser Speedrun ist kaputt. Jupp. Ich möchte, ich möchte das bitte auch bekommen. Okay, ähm, dann versuch ich mal, anzufangen. Und zwar, ähm, das ist Deathloop, eine Percent, und wir spielen auf Patch 1.0, weil danach einige Skips rausgepatcht wurden. Deathloop ist, äh, ja, man spielt als Colt, der ist am Strand an der Insel, namens Blackreef, wacht der auf, und wir stecken in der Zeitschleife und erleben den Tag immer wieder, und dann wieder, und dann wieder, und dann wieder. Und, ähm, das Ziel ist, acht Ziele, die sogenannten Visionaries, oder halt Visionäre, innerhalb von einem Tag, vor Mitternacht, auszuschalten. Ne, und haben entsprechend vier Segmente, Morgen, Vormittag, Nachmittag, und Abend, und, ähm, versuchen die halt in einem Tag auszuschalten, weil es sonst resetet. Jetzt muss ich schnell machen, ähm, am Strand kann man durch nach unten schauen, eine Hust-Animation überspringen, das Move-In nennt sich Diagonal Dashing. Solange man diagonal läuft, kann man durchgehend daschen, wird auch unter anderem Crab-Working genannt. Wir holen uns eine Flasche, um einen sogenannten Bottle-Throw-Cancel, ich werde es BTC nennen, oder BTC nennen. Ähm, damit überspringen wir Animationen, Gespräche, Zwischensequenzen, und ermöglicht uns, ähm, das ermöglichen wir, indem wir die Flasche holen, schmeißen, und gleich im Moment den Benutzen-Button drücken. Das wird oft gedutt gemacht, weil sonst die Flasche kaputt geht, und dann können wir die nicht mehr benutzen. Ähm, das haben wir gerade eben gesehen, um das Hacker-Magic, um das Hacker-Gedöns-Ding da, ähm, aufzunehmen, und dann zu, die, die Pick-Up-Animation zu canceln. Was wir da auch gerade eben gesehen haben, war das Lean-Clipping. Und zwar in Deathlook kann man sich zur Seite lehnen, wie man's bei Shootern kennt, ne, und wenn man dann seitlich an einer Tür steht, sich in die gegengesetzte Richtung von der Tür lehnt, und dann den Button für in die andere Seite lehnen spammt, wackelt mal hin und her, und manchmal geht der Kopf dann kurz durch die Tür oder Wand, und Türen sind manchmal von einer Seite offen, von anderer Seite geschlossen, und dann kann man die von der anderen Seite, wenn man kurz mit dem Kopf durchgeht, kann man die, ähm, aufmachen, und die dann dementsprechend öffnen. Das haben wir gerade eben gemacht, um uns Granaten zu holen. Und die Granaten machen wir, um uns hoch zu, äh, katapultieren auf, ähm, das Dach hier, was wir hier gleich sehen. Und zwar ist das, warte, warte, Library Dialog Skipped, enthält den Nadeboost, also sich mit Granaten hochzuteleportieren, und den BTC, den Bottle Throw Cancel. Ähm, wir holen uns erst eine Flasche, posenieren uns richtig, dass wir hochgeboostet werden, und das funktioniert so. Und zwar, wenn wir Granaten als Minenmodus unter uns legen, uns dann drauf ducken, werden wir hochkatapultiert, weil wir uns geduckt haben, haben wir an der Spitze des Sprungs, oder halt, ähm, während wir runterfallen, haben wir dann noch einen Sprung. Das heißt, wir werden hochkatapultiert, und springen dann am höchsten Punkt, springen wir dann ab. Das heißt, wir legen das Ding hin, ducken uns, während wir hochkatapultiert werden, drücken wir nach vorne und springen drrrr, ganz schnell. Und dann kann man halt auf diese unsichtbare Wand, springt runter, ähm, kickt diese Glastür ein, und normalerweise geht man dann an den Hebel, dann kommt ein ewig lange, ähm, Cutscene, wo wir ein bisschen das Game erklärt bekommen, und ab dann wird, soweit ich weiß, der Multiplayer-Modus, wo man halt invaded werden kann, wird damit aktiviert. Das skippen wir alles mit dem Bottle Throw Cancel. Das heißt, wir schmeißen die Waffe, holen den Hebel, aber die komplette Cutscene wird übersprungen, ja, dann springen wir einfach in den Tod, und die Loop Zero, so genannt, startet, ähm, beendet sich, und wir starten mit der Loop 1, in der wir jetzt sind. Boah, meine Fresse, ist das schwierig, als ich gedacht hab. Ähm, die, für die Tür in Loop Zero, ähm, haben wir jetzt den Code, also wir haben, wir müssen verschiedene, zu verschiedenen Zielen, verschiedene Tasks erledigen, und kriegen auch ein paar Tutorials noch gezeigt, ne, zum Beispiel kriegen wir in der Loop 1, in der wir jetzt sind, weil wir die Loop Zero beendet haben, in der Loop 1, ähm, holen wir wieder, machen wie wir dann genau das selber, nach unten gucken, ähm, mit der Flasche halt was skippen, um halt das Hackerding, Hacker-Majig heißt ja, ähm, zu nehmen, und wir laufen ein bisschen weiter, und kriegen dann unsere erste, sogenannte Tafel, die Tafels sind einfach Power-Ups, wie ein Doppelsprung oder sowas. Ähm, genau, wir rüsten Doppelsprung, und verringern den Rückstoß auf unserer Waffe, ist ein SMG. Ähm, Colt halt halt jetzt keine Ahnung, was abgeht, ähm, aber wir schon, und Colt wird gleichzeitig, gleich sauviel Zeug erfahren, indem er hier den LPP-Skip macht, oder LPP. Das ist schwer zu erklären, ich versuche, das ein bisschen schneller durchzugehen. Zuerst wollen wir uns ein gegnerisches Turret, platzieren das an einem exakten Punkt, was uns später hilft. Als nächstes müssen wir mit dem LPP interagieren, was im Safe liegt. ähm, das ist ein, das ist ein Item, das müssen wir holen, weil das sagt uns genau, wann und wie wir die acht Ziele nacheinander töten müssen, und bringt uns halt in der, im Spiel weiter. Ähm, und zwar funktioniert das so, die Kamera ist circa auf der Höhe des Fadenkreuzes, so ein bisschen vor dem Kopf, und die Kamera verhindert, dass wir zu nah an Wände rankommen, oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, um das besser zu verstehen, stellt euch vor, ihr habt 15 Sonnenbrillen gleichzeitig auf. Wenn ihr vor einer Wand steht, könnt ihr nicht halt näher ran, weil die Sonnenbrille zuerst da ist. Wenn wir aber nach oben gucken, können wir näher an die Wand, dann kann man nach unten gucken, sich zur Seite lehnen, und ein bisschen mit der Maus bewegen, kann man in diesen Safe gucken, für den wir eigentlich einen Code brauchen. Dann können wir mit dem LPP interagieren, dann fängt eine Minute Cutscene an, ähm, dann kommt irgendein anderer, eine Kopie von uns, versucht uns was zu erklären, der zählt aber als Cold, also als wir, wird von dem Turret abgeschossen, da wird dir das erste, ähm, Teil geskippt. Dann bleibt da ein Geist von uns stehen, und wenn wir dann wieder mit dem LPP interagieren, wird dann nochmal was geskippt, und der Geist kann nicht gekillt werden. Ab dann können wir hoch und runter gucken, weil wir das Turret perfekt platziert haben, können wir dann damit mit dem Turret interagieren, da die Batterie rausholen, und dann haben wir während der Cutscene, ähm, haben wir während der Cutscene die Möglichkeit, nochmal mit dem, ähm, LPP zu interagieren, und sind dann komplett frei, und können dann, ähm, weitergehen, ne, wir sind, wir haben die Cutscene übersprungen und alles, die Cutscene ist eine Minute circa, und das, was ich jetzt erklärt hab, das ist so circa 15 Sekunden. Oh, okay. Äh, ja, das, das ist wirklich schwierig. Ja, dann gehen wir rum, sterben dreimal, weil nach drei Versuchen wird die Loop resettet, ähm, Vorbereitungsmenü kann man, klickt man dann rum, wenn man irgendwas gezeigt bekommt. Hier haben wir das Speed Turret Glitch, das heißt, wir greifen uns ein Nullifier, das heißt, wir kaufen, holen uns so eine Art Turret, und, ähm, während wir das, auf das Turret gehen, und das greifen wollen mit E, halten wir E gedrückt, und laufen bis zum Ende, dann sind wir schneller, aber sobald irgendwas, wo wir mit E interagieren können, ähm, kommt das bei uns in die Hand, dann laufen wir einfach durch, bis wir das brauchen, gehen auf dem Gerät zu, haben den Nullifier in der Hand, und dieser Nullifier beendet, ähm, oder halt killt alle Tafeln, also alle Power-Ups, die wir haben, wir holen uns dann einen Code, den wir später brauchen, und töten uns in der Richtung des Nullifiers, der Nullifier, äh, macht auch, dass wir nicht dreimal töten, und killen müssen, sondern nur einmal, ähm, jo, das ist halt wirklich alles schwierig, wo bin ich, wo bin ich, wir sind jetzt in der Loop 3, müsste es sein, ich konnte wirklich nicht auf den Run gucken, ich komm, ich komm auch nicht so ganz hinterher, was gerade passiert, wir sind jetzt ein paar Mal im Wasser gestorben, das hab ich gesehen, ja, also, weil wir uns, weil wir, ähm, wir haben immer drei Versuche, ne, wir können mal dreimal sterben, und dann ist die Loop beendet, ähm, und insgesamt haben wir fünf Loops, die fünfte wird, hä, Deathloop genannt, wuhu, 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 Warum nur? Ja, also, viele der, der, ähm, Glitches und Sachen wurden natürlich von den, äh, des anderen Sachen übernommen, weil natürlich, ja, ist, äh, selbe Engine, selbe Engine und sieht halt, wir haben auch fast teilweise dieselben Funktionen, so, ähm, okay, muss ich grad gucken, was passiert, also, grundsätzlich, was wir machen, wir gehen zu den verschiedenen vier Maps, ähm, nehmen uns dort entweder Codes oder Informationen, um, ähm, an der letzten Loop alle gleichzeitig killen zu können, ähm, ich geh jetzt mal kurz hier die Loop 2 durch, wir haben rausgefunden, dass ein Visionär, Alexis, ne Party schmeißt, ähm, da gehen wir jetzt auch gerade hin im Run, äh, und, äh, Benji hat aber keinen Bock hinzugehen, aber wir müssen Benji dazu hinbekommen, auf die Party zu gehen, und um das zu erreichen, müssen wir, ähm, an den Save, beziehungsweise müssen wir halt die, äh, die Memo, die wir hier jetzt geholt haben, ähm, müssen wir holen, und, äh, müssen wir an den Save, und den Save, der Save hat einen Code, und den Code, nochmal neu, nochmal neu, gib mir eine Sekunde, klar, wir müssen Benji dazu bringen, auf diese Party zu gehen, und, um Benji auf diese Party zu gehen, müssen wir an den Save, der Save hat einen Code, und der Code ist bei Alexis direkt schon auf der Party in dem Haus, und das haben wir gerade geholt, das heißt, wir haben ihm ein Code für den Save, und mit dem Ding in dem Save können wir, ähm, Benji zu Party bringen, und da können wir halt sie killen. Ähm, was haben wir hier gemacht? Wir sind halt schnell durchgegangen, die Wachen haben uns nicht gesehen, obwohl wir direkt an denen vorbeigekommen sind. Lodric, sorry, es ist halt wirklich, ich hab nicht viel Zeit, der Run ist fast vorbei, und ich muss alles gleichzeitig erklären, äh, wenn du möchtest, kann ich gerne, ähm, dir ein Video empfehlen, schreib mich einfach an, dann, äh, schicke ich dir das Video zur Erklärung. Genau, ähm, normalerweise holen wir uns eine Nullifier, und killen uns dann, aber er hat sich mit drei Granaten gekillt. Ähm, wir müssen immer noch mehr Infos sammeln, und brauchen wieder ein Code, ähm, aber wir brauchen ansonsten nicht viel mehr. Hier haben wir jetzt für Venji, die, das ist Alexis, der, der die Party schmeißt, der hat eine, ähm, Statue von sich, und die wiederholt immer dieselbe, selben Zeilen, immer dieselben Zeilen. Und wir haben vorher im Run jemanden kennengelernt, 2-Bit, der diese Sprach, ähm, diese, diese Sprachlup, da, oder halt die, äh, die gesprochenen Worte dort verändern kann. Und zwar machen wir das so, wir verändern von der Alexis-Statue die gesprochenen Worte so, und positioniert es bei Venji, sorry, dass Venji durch diese gesprochenen Worte von der, von der Statue auf die Party geht. Ne, dann ist Alexis und Venji, beide sind auf der Party und wir können sie, können sie gleichzeitig in einer Map töten. Alter, so viel gelabert, dass ich schon wieder Huste. Sekunde. kein Problem. Was wir auch noch machen müssen, ist Igor. Igor macht den ganzen Tag Experimente und der möchte eigentlich irgendwie auch nicht auf die Party, weil er nur am Experimente machen ist. um den, um Igor auf die Party zu bringen, müssen wir Igors Experimente sabotieren und am Anfang des Tages, damit er am Ende des Tages auf, weil, weil alle anderen Experimente in den Bach runter geht, ähm, kommt er dann auf die Party. Das heißt, Alexis ist da, weil er die Party schmeißt, Venji ist da, ähm, weil wir sie mit der Statut dazu überzeugt haben, dahin zu gehen und auch noch, ähm, Igor ist da, weil, ja, alle seine, ähm, Experimente kaputt gegangen sind, ne, und er nicht mehr weiter experimentieren kann. So, was haben wir jetzt noch? Ja, das haben wir eigentlich Igors schon gekillt, lass mich mal gucken. Währenddessen, äh, kann ich eigentlich vielleicht kurz eine Spende vorlösen und dann glaubst du Ja, natürlich, schau raus. Ja, okay, äh, wir haben eine Spende von Lay, Links bekommen, Links bekommen, äh, mit der Nachricht vor GermanRacetream.gr Super Commentary bisher, macht weiter so, Tante und Mutter an Krebs gestorben, Schwester aktuell in Behandlung und damit, dass klar ist, Krebs ist ein A, Low. Wir sind ja hier nett. Danke für die 25, ja, danke für die 25 Euro Spende und auch danke für die Gift-Subs gerade von dir, Ludwig. Dankeschön. vielen Dank für die Spende, fühle ich auf jeden Fall und auch danke für die Gift-Subs. Was? Auch danke dir für die 5 Subs. Vielen Dank, vielen Dank. Liebe an euch alle. Ja. Möchtest du uns weitererzählen? Okay, ich hab grad ein bisschen die Lags im Haupt- Stream. Lass mal gucken, das sieht mir nach, ähm, Udam aus, ist es? Ich guck mal gerade, ob's das ist. Ja, 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 ja. Es geht auch um Igor's X-Mentor zu sabotieren, dass er auf die Party geht. Das haben wir schon gemacht, okay, das sind jetzt verschiedene, ähm, ja, ja, das sind jetzt verschiedene, einfach nur, ähm, andere Reihenfolge, die wir hier haben. Und zwar, ähm, ist es halt das, was ich eben erklärt hab, dass es einfach nur ein Code zu holen und mit diesem Code können wir dann die, ähm, die Experimente von Igor zerstören. Es wird gefragt, ja? Es wird gefragt, ob die Gegner-AI wieder richtig mies war oder ist in dem Spiel. Ähm, also die, dass die einen entdecken, ist ziemlich schlecht, ähm, grundsätzlich hat man halt so wenig mit der, mit der KI zu tun, ähm, die tut kaum was zur Sache. Es wird übrigens schön, dass wir Leute einfach ins Meer treten. Brauchen wir eigentlich gar nicht, das ist einfach nur, mh, die könnten eigentlich sogar teilweise Damage boosten. Ah, okay, das scheint jetzt einer der letzten Loops zu sein. Ja, ich hab hier noch alles erklärt, wie das geht, ich kann auch gerne das Dokument einfach mal, äh, ich kann euch das Dokument einfach mal, ähm, geben, wie gesagt, sind viereinhalb Seiten, das krieg ich jetzt leider in den zwei Minuten, die der Run jetzt geht, krieg ich das nicht mehr hin, sorry. Ähm. Ach, das ist schon das Finale, oder wie? Naja, das ist schon das Finale, das ist schon die Endloop. So, ab jetzt geht's Richtung Endgame. Ähm, was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben uns nur für diesen Tag vorbereitet, für Bloop 5, für die Deathloop, haben wir alles vorbereitet, Codes gefunden, dass alle an den Positionen sind, die wir brauchen, und ein paar Informationen rausgefunden, wie wir es am besten killen können. Ähm, im ersten Teil bereiten wir einen indirekten Kill vor und töten einen Visionär direkt. Frank macht am Abend immer ein Feuerwerk. Wir können das sabotieren, ohne den Code für die Tür zu bekommen, indem wir uns den Kopf in die Wand klippen, mit dem Lean-Clip und das Feuerwerk zu interagieren. Am Abend geht was schief und Frank stirbt darauf hin. Wir laufen dann oben auf den Hangar, schießen auf einen speziellen Punkt, um eine Visionärin Harriet anzulocken und die killen wir halt sofort. Weil wir zum ersten Mal einen Visionär gekillt haben und wir das Spiel, äh, und das Spiel uns am Ende des Levels eine Cutscene gibt, ähm, kann man das skippen, indem wir mit der Ausgangstür interagieren, dann Enter drücken, also mit F interagieren und Enter drücken, um zu bestelligen, ja, wir möchten beenden und dann ganz schnell F von Enter drückt, dann wird das einfach geskippt. Im nächsten Teil müssen wir Egos, ähm, Experiment sabotieren und leider ist die Maschine unsichtbar, weil Egor eine Tafel hat und die das halt unsichtbar macht und wir nehmen halt diesen Nullifier, der halt Tafeln, ähm, nullifiziert oder halt nichtig macht, schmeißen es neben das Gerät und benutzen den Code, den wir gerade eben erhalten haben. ne, in diesem Snowy, in dem, wo wir uns schnell gekillt haben, ähm, da haben wir halt den Code erhalten und den müssen wir uns tatsächlich angucken, behalten und händisch eingeben. Ansonsten werden die ganzen Codes über das Hackamagic, werden die automatisch eingegeben. Der ist auch immer random, der Code, typisch mal. Ja, also die ganzen Codes werden pro, äh, pro Run werden die immer neu generiert. Ne, jetzt haben wir den Nullifier, schmeißen den nebendran und, äh, ja, machen dann den, den Code. Und jetzt, ist das Game gecrasht? Ist das Game gecrasht? Ist das Game gecrasht? Ja, das passiert des Öfteren. Ich hab auch oben noch, ähm, in meinen Notizen drin, ist bei der, beim Tutorial, wie man Sachen anlegt und im Inventar, wenn man ganz schnell drückt, dann, ähm, kriegt man, äh, dann kann das Game softlocken. Ne, wenn man ganz schnell die Sachen nach und nach klickt. Mini-Gonash, ja, super, vielen Dank für, für, für die, die Giftsabs. Merci. Dankeschön. Ja, jetzt, äh, wo startet das Spiel, wenn's jetzt gecrasht ist, also hat man ne Save-File beim Loop, oder? Ähm, ja, es sind automatische Save-States drin, ist aber die Frage, wo halt die letzte war. Hey, Exo, was geht? Sieht jetzt aus wie der Anfang des Loops, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also, der, des, des Dev-Loops. Ja, der fünften, oder, ähm, zwischen Morgen und, und Vormittag. Wom stand jetzt nun, hab ich nur gesehen. Oh, dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ja, wir sind, ne, wir sind relativ, ui, also, es sind jetzt, glaub ich, 30 Sekunden, nach dem, vor dem Crash. Gar nicht so weit. Ähm. Er gibt jetzt den Code ein. Ja, ja, natürlich, aber da war, irgendwie hat Harriet grad irgendwas gesagt, aber das soll eigentlich schon tot sein. Ne, das ist noch der Nullifier, ne, hat davor, vor dem, ähm, vor dem Level gespeichert. Okay, jo, das, das, das haben wir. Mal gucken, ob ich hier Sachen drin hab. Ähm, genau, wir haben vier Areale, sind aufgeteilt, und man kann immer sagen, ich möchte am Morgen, in das Areal, ich möchte am Abend in das Areal und sowas. Und, ähm, so macht man halt die komplette Loop durch. Man kann auch Sachen überspringen. Und, das Ziel Nummer eins ist einfach nur herauszufinden, wie ich alle Visionäre in einer Loop kill. Und, das große Ziel ist einfach, alle zu killen, ähm, weil wir dann aus der Loop rauskommen. so, was haben wir noch? Ja, man kann, ähm, sich an, äh, Ecken hochziehen, kann man skippen, indem man eine Melee-Attack macht. das Movement ist halt klar mit dem Crabwalken, also immer diagonal laufen und daschen. Entschuldigung, du hast vorher nicht erwähnt, wie es heißt, dass du erzählt, wie es geht, aber Crabwalken, passt sehr gut. Ja, das wird auch genannt, Crabwalking, also normal, eigentlich ist es Diagonal Dashing. Äh, jetzt sind wir out of bounds. Äh, lass mal gucken, lass mal gucken, bin ich vielleicht so weit hinten dran? Ja, ich bin so weit hinten dran. Okay, ähm, oh Gott, das, das, wo hab ich's, wo hab ich's? Ähm, hier ist es. Ähm, wir gehen zum ersten Mal zum Freestyle Rock und zum ersten Mal, ähm, machen dort zwei Visionäre machen da Liebe und Fear und Charlie heißen die. Eigentlich muss man so viel Zeug erledigen, um da reinzukommen, aber wir sind Speedrunner und haben keine Zeit dafür. Man steht, man, mit einer Mine auf einer Lampe sprengen wir uns out of bounds und wieder in bounds, killen die Visionäre, nehmen uns dann die Shift-Tafel vom Charlie, was wie die Blink von Disorned funktioniert, ähm, killt sich zweimal, um draußen zu spawnen und wieder zurückzulaufen. Ja, und sind halt dann fünf Visionäre am Leben, wo einer bald stirbt und dann können wir alle auf der Party killen. Nett. Ne, also wir gehen jetzt wieder zurück, haben jetzt, ähm, Charlie und Fear gekillt, haben jetzt wie gesagt die Blink oder halt die Shift, ähm, Ability haben wir bekommen und benutzen die auch, direkt umzuglitschen. Ne, wir haben fünf Visionäre, einer stirbt noch, das heißt, wir haben vier. Alexis, ähm, ah, jetzt fällen mir die Drecksnamen nicht ein, Alexis, Igor und, ah, wie heißt sie nochmal, Benji, die kommen alle auf die Party und die kennen wir alle ziemlich schnell nacheinander, ne, wir haben halt die ganze Zeit vorbereitet, dass Alexis, Benji und Igor auf diese Party gehen, damit wir die alle killen können, um endlich fertig zu sein. Und dann machen wir das wie eben beim ersten Mal, als wir bei Alexis den Code geholt haben für den Save, wo die Alexis-Statue drin war, laufen einfach durch, laufen einfach an den Wachen vorbei, ähm, und zwar hat Alexis zwei Spawnpunkte, wo er spawnen kann, wo wir halt genau wissen, dass er das ist, das heißt, wir müssen nicht rausfinden, ähm, wer es ist, eigentlich muss man rausfinden, oh, wer ist es, wo ist er, und man muss es hinkriegen, damit er seine Maske abzieht, aber der nur zwei Spawnpunkte hat, killen wir ihn einfach so, springen dann oben aufs Dach, killen da, dann Benji und Igor, und damit sind alle tot. Damit haben wir alle Visionäre haben wir dann gekillt. Time ist dann, wenn der Letzte stirbt, oder? Nö, aber, ähm, Tim, da fehlt noch einer. Ähm, stimmt, da war ja noch jemand, und zwar sind jetzt alle tot, außer, ähm, Juliana. Juliana ist die Person, die man ganz, ganz, ganz am Anfang gesehen hat, die uns gekillt hat mit dem, mit der Machete, und, ähm, ja, die lebt noch. das heißt, wir haben noch eine Sache zu machen, und zwar kommt jetzt auch der Blink-Clip, nur der kam schon für euch, und zwar, wir posenieren uns in der Ecke, bis die, das Licht der Kraft verschwindet, dashen und shiften, also blinken gleichzeitig in die Ecke, sind dann nach Out of Bounce, öffnen dann die Tür mit einem, mit der Machete, shiften uns zurück in Bounce, gehen dann zurück, äh, gehen dann weiter, stellen uns auf den Tisch und machen einfach den Glitch rückwärts, indem wir nach hinten gehen, die Blink-Funktion benutzen, und dann gleichzeitig, zack, sind wir nach hinten. Ähm, und dann, ja, geht's eigentlich nur noch ins Endgame, wir versuchen dann zu fliehen, crashen dann, und, äh, ja, dann kommt der letzte Visionär. Ähm, jetzt kommt ein bisschen Spoiler, ähm, deswegen, wer, 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 wer nicht gespoilt werden möchte, ne, der sollte jetzt auf jeden Fall weggucken und nicht mehr lesen, was da ist, weil jetzt kommt halt eine große, ah, Revelation, alles, also, ähm, Spoiler Warning, drei, wo, eins. Wir fliegen dahin, crashen, laufen dann, nachdem wir ein bisschen was erklärt bekommen haben, laufen wir dann entsprechend, ähm, zum Endgegner sozusagen, zur Juliana, weil sie ist auch einer von den Visionären. Das Lustige ist, ähm, da ist ein, da ist eine Tür zwischen und da ist ein kleiner Spalt und durch diesen kleinen Spalt schießen wir Juliana kaputt, sie stirbt, wir haben alle acht Visionäre, ähm, getötet, aber, aber, es sind nicht nur acht, sondern, wir sind auch einer dieser Visionäre, springen dann runter, töten uns selber und dann ist die Loop komplett zu Ende, alles ist vorbei, ähm, und es ist Time. Wow. die Story ist ein bisschen weird, ne, mit, mit, mit Time Travel und Vater und Sohn und, ja, es ist, deswegen, ich wollte euch nicht komplett spoilern, deswegen habe ich die, die Story grundsätzlich rausgelassen, einfach nur erklärt, warum wir was machen. Aspleasure, I'm sorry, dass es so schnell gegangen ist, aber ich kann gerne nochmal von vorne anfangen. Patch 1.0, weil einiges Gips rausgepatcht wurden, Deathloop ist, man ist cold, man, der am Strand, der Insel namens Black Reef aufwacht, ach so, jetzt geht der Loop von vorne los, richtig, ja, wie gesagt, es tut mir leid, wenn so viel Information auf einmal war, das ist eigentlich was, was man innerhalb von, ja, ein bisschen länger als eine halbe Stunde erklärt, aber der Run geht ohne, dass dazwischen Sachen sind, sind da, ähm, ja, sind da halt so 20 Minuten, ist es halt ziemlich schwierig. Wie gesagt, ich habe viereinhalb Seiten hier, wer die haben möchte, wer sich die Notizen gerne durchlesen möchte und sich das während den, ähm, während dem Run durchlesen möchte, ne, ihr guckt euch den Run an und liest währenddessen immer mal zwischendurch die Notizen durch, dann könnt ihr euch ein komplettes Bild da machen, wenn ihr möchtet. Also wer das haben möchte, dem kann ich es gerne geben. Gegebenenfalls kann ich auch euch, ähm, das im Podcast nochmal vorlesen. Ne, es ist eine Podcast-Folge, nur, nur über Deathloop, den Run. Aber danke, ja, ich habe auch sehr viele Infos dazu beigetragen, finde ich schön. Yo, vielen Dank, Blue, also, ey, ey, ich war wenigstens mehr als nur eine Zimmerpflanze im Hintergrund. Aber weißt du, du kriegst jetzt dafür einen Shoutout, dass du so viele schöne Informationen uns gesagt hast. Oh, dankeschön, dankeschön. Folgt dem guten Flick, nun. Ähm, Slasher, wenn, wenn ich will, dann könnte ich das ziemlich schnell machen. Hey, Exo, also, ist, ist okay, ist okay. Hab dich trotzdem lieb. Dann kannst du ihm das ja gleich persönlich sagen. Ich bin, ich bin der Erwachsene hier. Oh, verdammt, der Hacke, der ist ja da unten, ey, der ist ja näher, als ich gedacht habe. der ist, der ist nicht so da unten. Hey, hey, Flicky, ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört. Bis zum nächsten Mal.